das neue ct magazin ist draußen und darauf befindet sich die desinfekt dvd ihr könnt gleich mal in die video beschreibung blick werfen wenn ihr springen möchtet zu dem thema was euch interessiert die desinfekt dvd ist eine dvd die mit mehreren viren scannern daherkommt und in einem abgespeckten ubuntu bootet das glücklicherweise noch mit teamviewer daherkommt ja und in diesem ubuntu kann man dann seine windows platten einmal scannen lassen mit wie gesagt mehreren viren scannern und die können sich auch noch aktualisieren über das internet was habe ich in diesem video geplant als erstes werden wir mal ein usb stick erstellen viele pcs oder tablets haben gar kein cd laufwerkwehr und wir müssen also gucken wie wir das ganze auf einen usb stick bekommen ich habe auch tatsächlich hier gar keine physische dvd eingelegt man bekommt nämlich auch ein download code und hier habe ich diese desinfekt dvd einmal gemountet und wir werden die jetzt auf den usb stick zu übertragen und bootbar machen dazu geht mache ich hier ein rechtsklick auf die dvd gehe auf open und hier habe ich dann desinfekt two usb in meinem fall 64 bit da mache ich ein doppelklick drauf bestätigt das mit ja die hier auf annehmen und ja er sagt man soll halt wirklich nur den einen stick drin haben ist korrekt habe ich und jetzt kann das image das hier in der d software liegt einfach auf den lauf das laufwerk geschrieben werden ich gehe auf bright und bestätigt das noch mal natürlich ist jetzt alles schrott was auf dem stick vorher drauf war sobald er jetzt das image auf den usb stick geschrieben hat bekommen wir die meldung right successful das bestätige ich mit ok hier noch mal auf exit und hier könnte ich jetzt gleich neu starten sage ich aber mal neu sag ich mal natürlich nachher beenden und ich ziehe jetzt den usb stick einmal ab und wandert zu einem anderen computer rüber den ich damit mal bereinigen möchte und ich werde mich damit hin für verbinden ich sitze jetzt also vor dem pc der usb stick ist auf der rechten seite eingesteckt was noch wichtig wäre internet am besten per kabel verbinden als nächstes starte ich den pc und jetzt gehe ich mal ins boot menü also erstmal ins bios und dann ins boot menü und da stelle ich sicher dass der usb stick bei der boot reihenfolge ganz oben eingesteckt ist manche pcs haben auch ein separates boot menü da muss man nicht extra ins bios rein wenn der ganz oben eingesteckt ist so wie hier zu sehen dann kann ich einfach speichern und mit f10 in der regel save and exit rausgehen dann startet der pc neu und ich komme in dieses boot menü von dem stick hier könnte ich jetzt direkt starten aber da ich die festblätter entschlüsseln will muss ich einen nativen ja desinfekt usb stick daraus machen da klicke ich einmal drauf und ja das dauert jetzt ein bisschen das schöne ist dass desinfekt mit teamviewer daherkommen das heißt ich kann jetzt einfach den teamviewer screen hier abfilmen und muss nicht weiter am pc rumfilmen ja das ist das erste was man sieht wenn man bootet und das jetzt hier die nati nur in der nativen version ich kann also einen projekt ordner erstellen der dann auch dauerhaft hier gespeichert bleibt ich nenne den einfach mal useful wit ich sage hier einmal projekt ordner erstellen dann ist er hier da so als erstes starte ich mal ein terminal hier mach ein sudo minus i bin jetzt ruht und mache jetzt einmal abgett minus also nein kann also abgibt es geht update dann mache ich abg-get install minus y desinfekt in minus des locker als erstes mache ich hier einmal parted minus l dann zeigt er mir was er alles findet mal in groß und diese 256 gb platte hier ist meine festplatte die ich entschlüsseln will die heißt hier devsda jetzt erstelle ich erst mal ein paar ordner mit mkdir so als nächstes müssen wir dann entsprechend die dislocker befehle eingeben wir haben ja kein dislocker installiert und da muss dann das recovery passwort mit also nicht das normale passwort sondern das recovery passwort das während der verschlüsselung erstellt wurde also was ich jetzt hier gerade festgestellt habe man darf nicht einfach sda benutzen sondern hier oben steht eine nummer da muss ich gucken welche ist meine datenpartition die ich entschlüsseln will also ich habe hier sda 4 quasi gewählt so jetzt können wir einmal den explorer starten heißt wahrscheinlich hier nicht explorer und wir können uns mal die platte anschauen ja hier bin ich jetzt auf meine platte und ja das war's jetzt habe ich hier zugriff ich habe jetzt allerdings nur lesenden zugriff im ct magazin steht auch noch mal wie man schreibenden zugriff bekommt woher weiß ich dass ich hier nur lesenden zugriff ab hier habe ich read only ro angegeben rw wäre read und write gewesen das ist aber wohl nur experimentell unterstützt von daher empfehle ich euch das nicht zu tun problem ist natürlich es können dann keine viren entfernt werden aber man kann jetzt hier immerhin hergehen überhaupt mal nach viren zu scannen und man kann natürlich auch seine dateien recover die vielleicht sonst weg gewesen wären so ich gehe einmal zurück und hier gehe ich mal auf die experten tools und hier sollten wir auf jeden fall mal die viren signaturen als erstes aktualisieren so er hat jetzt alle engines einmal abgedatet wir bestätigen das ganze einmal mit ok so jetzt können wir aus dieser aus diesen experten tools mal rausgehen und hier sehen wir jetzt auch dass die alle auf dem aktuellen stand sind somit kann ich dazu übergehen den viren scanner zu starten hier oben könnte ich dann sagen ich möchte dieses windows laufwerk durchsuchen allerdings ja das ist ja verschlüsselt gewesen deshalb müssen wir zu oft geklickt müssen wir unten klicken einen ordner scannen und wir waren ja vorhin schon drin und der sda finde ich dann diese ja entschlüsselten ordner gehe hier einmal ja rein und naja ich geht es tatsächlich mal in drivers rand er liegt nicht so viel sagt öffnen und scanne den jetzt einfach mal jetzt kann ich hier auswählen welcher genutzt werden soll ich nehme jetzt mal den kaspersky ja experteneinstellungen gibt es auch noch wir bleiben jetzt aber mal hier und sagen anwenden tja und wer die gar keine lust hat hier zuzuschauen der kann einfach auf spiele gehen und sudoku spielen auch nicht schlecht ach breakout ja ich erinnere mich so der scanner ist jetzt mit den aktuellen signaturen einmal durchgelaufen ich kann mir das protokoll einzeigen lassen und schließen kaspersky hat in dem fall jetzt keine bedrohungen gefunden kaspersky hat in dem fall